Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Wir sind hier immer noch beschäftigt. Diese komische Maschine ist jetzt auch auf Achtungsstatus und ich weiß nicht ob wir gegen die kämpfen müssten. Ich denke mal irgendwie schon. Weil ich es ziemlich kacke finde. Ich weiß nicht wie wir hier sonst wegschleichen könnten. Wir könnten ja mal so ein Frost Ding da hinwerfen. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Ach jetzt kommen alle. Na gut. Dann verstecken wir uns mal hier hinten irgendwo. Ups. Na komm. Hier. Auf dich hin. Ich muss die Lohe entzünden und zwar schnell. Okay. Alle wieder weg. Nein. Schlimm, Schwäche. Irgendwas. Normaler Fall. Dann Körper, Frachtbeutelschwäche. Irgendwas. Also. Das hat Schaden 16, 13, 60. Ach ja. Die Sprengquallen haben ja dabei geholfen. Also das wird jetzt hier noch einige Zeit andauern glaube ich. Diese Quest hier. Komm. Hopp. Weil irgendwie. Ist das kacke. Aber ich muss die irgendwie beseitigen. Das Viech kriegt nur kaputt. Warte mal. Schwäche Feuer. Na Sprengqualle brauche ich da nicht hinschmeißen. Okay. So. Na komm. Komm da hoch. Das geht nicht. Jetzt ist es wieder weg. Ah. Schade. Schade. Äh. Komm. Ähm. Hallo? Komm mal hier rein. Komm. Putt, 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 putt. Wo ist er dann? Einfach weiter gehen. Wo ist denn jetzt der Wächter hin? Der ist doch nicht kaputt gegangen. Ne. Der ist nicht kaputt. Aber ist ja hier oben nicht. Und läuft ja hier nicht runter. Hallo? Okay. Und tschüss. Komm. Ich habe nicht. Kämpfe mit mir. Was hast du entdeckt? Nix. Hä? Der kriegt das nicht mit, dass der Kollege da kaputt ist? Ah. Jetzt geht er da hoch. Komm. 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 Hm. Hallo? Renn doch nicht weg. Hä? Was? Was? So, sportlich in die Hocke, jetzt kommt das Vieh wieder hoch. Schade, schade, schade. Gut. Na komm, bleib doch mal still. Gut. Ja, jetzt kommen aber noch... Schade. Okay. Sie ziehen weiter. Bleib wachsam und ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Jetzt hatte mich der große Käfer auch gesehen. Kommt der jetzt hier hoch? Immer noch nicht, ne? Keine Drähte mehr. Ah, Mist. Ich habe nichts gefunden. So. So, wieder zwei weniger. Ah, hier kommt noch mal mehr. Ich bin gar nicht hier. Wo kommen die denn her? Also es kann sich nur noch um Tage handeln. Gut. Ich hoffe, hier haben wir noch genug Munition. Ja. Da leider nicht mehr. Kein Draht mehr. Und Draht brauchen wir eigentlich überall. Nicht schön. Nicht schön, sage ich da nur. So. Ah. Sehr richtig. Niemand hier. Weg. Sollen sie doch laufen, solange sie noch können. Das war's fürs Erste. Was hab ich jetzt genommen? Mähen wir sie nieder. Mähen wir sie nieder. Na kommt her. Ich verstecke mich hier und kommt mal da zur Kante oben hin. Bitte. Kommt, 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 kommt. Gut, 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 gut. Also wenn immer mehr. Guckt euch das mal an. Irgendwie musste ich dann doch mal langsam zur Lohe, oder? Aufpassen. 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 Ich würde ja gern. Na komm, kommen wir mal zurück. Guck mal wie die zittert. Na ja. Gut, dann gehen wir mal wieder hier hoch. Gut. Gut. Guck mal. Sägan. Gut, dann gehen wir mal weiter, um zu eben. Ich habe nur noch ein bisschen. Ah, da ist ein Vieh kaputt gegangen. Okay. So, und die Leute sind doch von ganz hinten. Also da haben wir nichts mehr. Okay. Tja. Müsste der bloß nochmal abgelenkt werden. So. Gut. Da läuft noch der kaputte Typ rum. Okay. Okay. Was ist das? So, jetzt wird es wieder langsam Tag. So, jetzt wird es wieder langsam Tag. Na toll. Scheiße, es hat mich entdeckt. Fuck, ey. Wo ist es denn nun hin? Hat mich das nur entdeckt, oder was? Anscheinend schon, oder? Sonst hätte es ja nicht mit Feuer gespuckt. Dieses gewohlen Mistvieh. Wo läuft es denn nun hin? So, dann nutzen wir mal. Die Zeit, wo ist das Ding nicht drin? So, dann laufen wir mal hinten lang. Und wo kommen wir hier hin? Ach, ja. Na, prima. Warte mal, jetzt haben wir das Ding im Rücken hier. Ja, besser ist. Ist das da so ein normaler Pusten? So, das werden noch wieder mehr hier. Warte mal, wann du da? Ich brauche dich. Und wenn du dich bist. Und wenn du dich bist. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Dann mach dir dich. hier sieht man nix verdammte axt die laufen hier irgendwie ein bisschen Patrouille Leute ich kann die Zwischenspeichern jetzt Schieße auf die Lohe naja oh hier sieht man nix Ah das wird auch wieder nix hier versammeln und bereich machen zum flankieren Erzittere vor der Magie Aber wie viel sind denn das hier ey nicht abhauen kämpfen Alter wie viel Na das wars Mann äh Wo kamen denn die alle her Also viel mit schleichen ist da nix oder Jetzt fang ich wieder von vorne an oder Worte Wenn ich leise bin wird es sehr viel einfacher sein Wo soll ich mich lang schleichen bitteschön Und wo kommen die ganzen Viecher her Wo kommen die ganzen Menschen denn her Und was ist das für ein Teil Na gut Also Never Ending Story In der nächsten Folge geht es weiter Hat mich gefreut dass du zugeschaut hast Bis dann Ciao Hallo